Wurden wir bei diesem 650 Euro Laptop abgezogen. Ihr wisst ja, wir haben vor einiger Zeit viele Laptops angekauft, die meisten auch schon wieder verkauft, unter anderem diesen hier. Da funktioniert die Tastatur aber nicht. Was kann man da machen? Einfach mal ausschalten, dann alle Geräte entfernen, dann umdrehen und hinten hat er so ein kleines Loch. Da viermal reindrücken und einmal lang, dann 30 Sekunden auf der seitlichen Taste, um wirklich stromfrei zu machen. Aber hat nichts geholfen. Ich habe da noch eine externe Tastatur angeschlossen, sehr viele Updates durchgeführt. Das OS sogar neu installiert, alles mögliche, Tastatur 3WD installiert, neu installiert, aber funktioniert nicht. Auch das BIOS nochmal geflasht, hat alles nicht funktioniert. Gott sei Dank hat der hier einen Pro Support noch. Also das heißt, ein Techniker kommt morgen schon vorbei und repariert uns den Rechner. Ich hätte den auch selbst reparieren können, aber wie gesagt, der Techniker macht das und dann habe ich sogar noch eine Garantieverlängerung. Also Pro Support, Beste würde ich sagen.